Ja, dann gehe ich mal runter. Oh, oh, oh. Das kann ins Auge gehen. Irgendwer hat meinen ganzen Scheiß abgebaut. Ich habe keinen Pfeil und Bogen. Ich habe keinen Pfeil und Bogen mitgenommen. Oh, bin ich blöd. Das ist ärgerlich. Ach, das ist mein Teammate. Wo ist denn der Feind? Hä? Wo ist er? Wieso, sorry? Bist du behindert? Läuf. Raffel. Was ist denn mit dir falsch? Dann kletter ich halt hoch. Yolo, Morda, Dolo. Ich habe einen Speedrunken drin, Alter. Ich kriege alles platt. Aber wo ist er denn? Ach, ganz da oben, wa? Oh, dieser dreckige Hurencamper. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gut, wir nehmen sein Stuff und... Er ist oben. Er ist oben. Ganz, ganz da oben. Ich habe leider keinen Pfeil und Bogen mehr. Ich habe genug Gold für einen Pfeil und Bogen. Oh, aber nicht für den Besten. Ich hätte gerne den Besten. Ach, Mensch. Hier holen wir uns nicht den Besten. Hier sind überall Ender Chests versteckt. Das finde ich cool. Wir holen uns den Zweitbesten. Zack. Und einen Pfeil. Zack. Und ich gehe hinten hoch. Und wer ihn zuerst findet, hat gewonnen. Oh. Ich weiß, dass ich viel Scheiß dabei habe, aber YOLO, Maudadolo. Wer braucht den Kram? Ich hoffe ja, dass er runterfällt. Alter, jetzt müssen wir den nach... Ich bin jetzt schon 40 Minuten am Spielen wegen dem... Boah. Ernsthaft. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ich sehe meinen Teammate schon sterben, den... Wie auch immer er hieß. Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit G. Der, der mich Trollenmatrosen genannt hat. Weil ich sehe den Feind auch schon. Das war mein Teammate. Ich glaube, dass er da oben sitzt, ne? Ich sehe ihn nicht mal. Ich sehe ihn nicht mal. Ich gehe einfach mal nach oben. Wir sehen dich, du Genie. Der ist nicht der Schlauster. Sky, please. Du wirst eh leider nicht sterben. Ich weiß, dass das jetzt gerade sehr spannend ist, aber es kann auch jederzeit sein, dass ich jetzt gleich tot bin. Ich hätte mir eine Rettungsplattform oder so mitnehmen sollen, ne? Hallo da oben. Scheiße. Achievement Bauarbeiter, ja. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn so treffen kann. Und meine Render-Distanz gar nicht weit genug ist. Okay, so treffe ich ihn nicht. Ich gehe weiter nach oben. Vielleicht habe ich ja Glück, dass ich es schaffe, ohne zu sterben. Sonst müssen wir uns einfach Leitern kaufen, habe ich das Gefühl. Und dann diesen Turm hochklettern mit Leitern. Kauft viele Leitern. Und geht den Turm hinter Lager rot hoch. Oh, oh, oh. Pixel Gamer ist schon wieder tot. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit macht, aber irgendwas macht der, was er definitiv falsch macht. Nein! Ah, shit. Jetzt bin ich doof gestorben. Oh, oh, oh. Wobei, viel Gold brauche ich. Und ganz viele Blöcke. Oh, da gibt es Leitern für kostenlos. Für kostenlos sei es schon, aber für Bronze. Ihr könnt auch schon gerne wegen mir vorspringen in der Folge, aber ich will jetzt das möglichst mit Stil versuchen abzuschließen. Wenn schon unser Gegner kein Stil hat, will ich wenigstens mit Stil abschließen. Nein, 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 was mache ich denn? Mit Stil abschließen, habe ich gesagt. Nicht doof runterfallen, du vollidioter. Ja, hör mich nie an, Alter. Ja, hör mich nie an, Alter. Ich weiß, dass das dumm war. Ja, ich hole jetzt erstmal Leitern und gehe erstmal mit Leitern hoch und töte mich dann nochmal. Obwohl, ich brauche einen Bogen. Ohne Bogen brauche ich dann nicht versuchen, hochzugehen. Ohne Pfeil brauche ich auch nicht versuchen, hochzugehen. Ich hätte gerne einen Pfeil, ein Gold noch. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Hallo, ein Gold, bitte. Ein Gold. Gib mir ein Gold, gib mir den Goldblock. Oh, Gott sei Dank. Ich habe Gold und ich werde gleich wieder runterfallen. Ich weiß. Macht euch nicht drüber lustig, Genass. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nie laufen kann. Ah, unsere Teammates bauen sich sehr intelligent hoch, glaube ich gerade. Wenn das der Turm vom Teammate ist. Aber er ist gleich tot. Lange kann der da nicht mehr machen. So, der klettert da gut hoch. Und ich klettere, oh, ohne Essen. Ist das auch schlau? Ist hier Essen? Oh, kein, kein gar nichts drin, so. Den sollte ich mitnehmen. Dann würde ich sagen, wieder mal Hälfte für Fleisch und andere Hälfte für ein paar Blöcke, weil es kann nicht schaden, noch ein paar Blöcke dabei zu haben. Irgendwann wird er auch verhungern da oben. Aber bis das soweit ist. Ich bagge, schreibt er. Solche Leute, ne? Alter, wie lange verfolgen wir die jetzt schon? Und die anderen haben sich einfach alle selber getötet. Oh, die haben sich, äh... Hat hier jemand noch ein bisschen anders gebaut? Ich weiß es nicht. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal, ne? Ach, da hat jemand Rettungsplattformen aufgebaut. Oh, das ist aber nicht so schön. Ich sollte vielleicht sneaken. Ups. Pixel Gamer ist tot. Na komm, Pixel Gamer. Wir kriegen den platt. Nicht aufgeben. Komm, Pell. Oh, hier liegt meine Flasche. Flasche, genau. Meine Flasche. Das ist auf jeden Fall cool, dass die hier ein paar Rettungsplattformen für mich hingestellt haben. Oh, ich sollte aufpassen, dass ich nicht aufhöre zu sneaken. Ansonst wird er mich gleich finden. Ich hätte mir vielleicht auch ein paar Rettungsplattformen holen sollen, wa? Ich habe auch gar kein Schwert mitgenommen. Das ist auch schlau. Wie alle immer gleichzeitig überall ankommen, ne? Oh, 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 oh. Zeit was close. Ich habe auch gar keine Spitzhacke wieder. Macht auch viel Sinn jetzt. Baue ich mich halt langsam durch. Er schießt auf mich. Vor allem von wo? Nein, ich bin... Oh, ich bin nicht tot. Und wo schießt er auf mich? Soll ich gerade nicht... Ich sollte aufhören, runterzuspringen. Beziehungsweise zu fallen. Das ist ja auch nicht wirklich springen. Gut, dass ich mir ein paar davon mitgenommen habe. Das war gerade absicht, übrigens. Keine Angst. Was, der ist noch höher? Oh Gott, ich dachte, ich wäre schon oben. Muss ich wirklich gestehen, dass ich das dachte. Tolle Hunde. Team Rot. Oh Gott. Oh boy. Ja gut, Chat ist deaktiviert. Ist auch vielleicht besser so. Ich danke euch fürs Zusehen. Es war... ...der weirdeste Shit, den ich glaube ich jemals erlebt habe in... ...Winecraft Ender Games. Äh, Bad Wars. Ich danke euch fürs Zusehen. Vielleicht habe ich ein Stück rausgekattet. Zum Beispiel da, wo ich ständig einkaufe. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.